Im Ring war sie der Golden Angel, doch auf den Straßen wurde sie zum Angel of Fury. Martial Arts in Perfektion. Cynthia Rothrock. Und Billy Drago. In ihrem stärksten Film. Angel of Fury. Gewalt versteht nur eine Sprache. Hey, hübsche, 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 Lady. Nein! Lass mich nicht in meine Gedanken. Ich bin ein Kerl. Ich bin ein Kerl. Sie wurde zum Opfer mörderischer Machenschaften. Zari hat dein Lieblingsessen gekocht. Na gut. Was hältst du von einem schönen heißen Bart? Nun wird sie zum gnadenlosen Rächer. Angel of Fury. Jetzt kann sie keiner mehr aufhalten. Ich kann es genau erkennen. Sie sind auf Rache. Unterschätzen Sie nicht das Böse in diesen Männern? Dieses Böse ist sehr stark. Sehr stark. Das könnte dein Ende sein, Lieberho. Wo sind die Diamanten? Du wirst sie nie bekommen. Atemlose Spannung. Megastarke Action. Knallhart bis zur letzten Sekunde. Oh, in der Hölle, du Arschloch. Oh, in der Hölle, du Arschloch. Angel of Fury. Nie war Cynthia Rothrock besser. Denn sie ist Angel of Fury.